Servus! Viel zu lange ist es schon her. Es ist wieder mal Trickshot-Zeit. Wir sind auf dem Schießplatz draußen. Ich schieße ein paar verschiedene Ziele auf größere Distanzen. Heute habe ich eine Diana 340 N-Tec dabei. Ich schieße heute mal über Kimme und Korn ohne Zielfernrohr. Und wir gucken einfach mal, was wir da zusammen bekommen. Jetzt geht es erst mal los. Viel Spaß, Leute! Bis zum nächsten Mal. Ja! 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 So, ihr habt gesehen, nicht jeder Schuss ist ein Treffer. Wäre auch ein bisschen zu viel verlangt. Und das wäre auch ein bisschen fake, wenn ich das so zeigen würde. Macht riesen Spaß, über Kimme und Korn wieder mal zu schießen. Das nächste Mal werde ich dann mal mit einem anderen Gewehr wieder mal rauskommen. Und immer wieder mal so ein Schussvideo zwischenrein machen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, ciao, servus, sagt der Gandhi! Ja! 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 Ja!